Musik Jagd und Skisport gelten als zwei große Passionen eines stilvollen und eleganten Lebens. Die Sportlichkeit, Klasse und Eleganz von Beretta kommen in der Bock-Doppel-Lauflinte der Serie 686 Silver Pigeon 1 perfekt zur Geltung. Sie ist aktuell in zwei Ausfertigungen für besonders kleine Schrotkaliber lieferbar. Diese Gewehre wurden lange Zeit nur für die Ansitzjagd auf Kleinwild eingesetzt. Heute sind diese Modelle aber auch eine echte Bereicherung im Bereich der zeitgenössischen Jagd und insbesondere auch im Skisport. Musik Hier sehen Sie die Beretta Silver Pigeon 1 in der Version Sporting. Es handelt sich hier um das kleine Schrotkaliber 28-70, das, so kann man ruhig sagen, allen Frauen, die sich der Jagd verschrieben haben, gewidmet ist. Aber es ist auch für alle Männer eine gute Wahl, die mit der Jagd beginnen und den Wunsch haben, mit einer besonderen Waffe auf die Jagd zu gehen. Außerdem ist es für alle erfahrenen Schützen geeignet, die eine Herausforderung suchen und eher bestrebt sind, klassische Flinten mit Kipplauf zu schießen. Die Modelle der Beretta 686-Serie sind sowohl als Jagdversion erhältlich, als auch als Sporting-Version, zum Beispiel zum Tontaubenschießen. Neben dem Schrotkaliber 28-70 werden die Silver Pigeon-Modelle von Beretta zusätzlich auch im noch kleineren Schrotkaliber 410 angeboten, das praktisch nichts anderes ist, als eine Variante der 36-76 Magnum. Abschließend kann man sagen, die Beretta Silver Pigeon ist ein tolles Gewehr mit perfekter schlanker Form, das sich als Flinte sowohl für den Skisport als auch für die Jagdstrecke sehr gut eignet.